Hallo Freunde von Crusader Kings 3 und herzlich willkommen. Es haben sich viele Abgründe aufgetan. Natürlich ist Niederbayern wieder raus, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Wir führen Krieg gegen das Königreich von Ungarn. Wir deckeln es so, dass Bayern mich reingerufen hat. Wir führen quasi beide einen gemeinsamen Krieg gegen die und holen Ungarn rein ins Kaiserreich. Danach holen wir vielleicht Bayern rein ins Kaiserreich und wir morren gegen Polen, weil Polen hat gerade unseren Basileus umgebracht. Zumindest gehen wir davon aus, weil er unter mysteriösen Umständen gestorben ist und Schalke die ganze Zeit shootet. Mir geht fast nicht. Dementsprechend, Litschi ist gewachsen, er hält uns auf dem Laufenden, was passiert. Es wurde sein Sohn von China ermordet, um unser Bündnis zu brechen, aber er kriegt von mir Geld die ganze Zeit, damit er wachsen kann. Dann bauen wir ihn hier auf für den Osten, um ein Schild zu haben, so muss das sein. Und dann kämpfen wir hier vier gegen Spanien, Polen, Burgund, wahrscheinlich England und die Bretagne. Und dann schiebe ich wieder nach oben. Bis gleich. Und sonst habe ich Nächsten, aber mein Sohn ist jetzt tot, er wurde ermordet. Ist das dein Spielnachfolger gewesen? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann... Wo bist du überhaupt? Warte mal, wo bist du? Ich guck mal gerade nicht. Ob Polen, Geld schicken, das habe ich gemacht und das war jetzt... Ich kann ja kein Messer rüberwerfen. Das war nicht dein Spielnachfolger. Definitiv nicht, weil dein Spielnachfolger ist... Irgendwas. Wieder da. Er ist Miet 31. Oh, Litschi ist ja doch derbe. Heide. Ja, also da... Mit Litschi kann doch keiner von uns agieren, oder? Doch, andere. Wo soll ich mit Litschi agieren? Ich hatte mit dem Kaiser von Sparta, um jetzt hier das Land zu erobern, zu agieren. Also, das heißt, der könnte deinen Sohn ermordnen, oder? Ja, der mit seiner Tochter, mit meiner Tochter verheiratet ist. Das macht aber keinen Sinn. Ja. Das wäre der einzige von den Playern jetzt, die in Frage kommen würden. Na. Einen Vasallen mal ein bisschen. Genau. Ja, meine Vasallen gucke ich drauf, genau. Deswegen sind sie mir eigentlich ja relativ so auch in meinem Rat so relativ gut besonnen. Und deswegen würden sie auch gleich meinen Sohn töten. Ja, das halt. Also, wir können es ja alle nicht gewesen sein. Nein, ihr nicht. Wege des Dorchs sind unergründlich. Das ist richtig. Ähm, mich heute mal den Despot von Sparta fragen, wieso er ganz Ungarn erobert. Oder zumindest versucht, ganz Ungarn zu erobern. Ich erobere das nicht für mich. Wen denn sonst? Nein, das stimmt nicht. Sie erobern es doch. Das stimmt. Sie erobern es für sich. Nein, das stimmt nicht. Einfach nochmal nachschauen. Ich habe keinen Anspruch auf Ungarn. Äh, wow, das war der falsche Krieg. So. Nein, ist er da. Äh, ich telefoniere aber nochmal kurz während wir warten. Ich bin gleich wieder da. Du bist schon wieder da. Und ich glaube nicht, dass der Despot Jesus auch mit dem zweiten Namen Savary de Mali heißt, aus dem Haus Mali. Ja, weil er ist ja der Entlehensherr, also sprich geht es trotzdem ins Byzantinische Reich über. Ja. Das gleiche, was wir mit Venedig gemacht haben. Ach so ist das. Byzanz möchte also wirklich sich jetzt nach Norden ausbreiten weiter oder was? Aggressiv, okay. Gut. Das heißt, ihr habt künftig eine gemeinsame Grenze. Oh ja, für... Das heißt, wir haben nichts mehr zu besprechen miteinander, denn das sind alte Verträge hier, die gebrochen werden. Wir sind alten Königin. Nach mehrmaligen Mordversuchen und der ganzen militärischen Politik. Ja, ja. Ich glaube, das sollten wir an gemeinsamen Grenzen an unserer Beziehung arbeiten, oder? Schieb dir deine Mordversuche in deinen Popo. Sag doch mal mir. Beweisen musst du es erstmal. Vielleicht muss man nach ein paar Schriftstücken finden, die belegen, dass der Pole, was du sicherlich für den Byzantischen Kaiser, auf dem Nacken hat. Ganz genau. Ja, es sollte ja kein Problem sein, oder? Wenn dem nicht so ist, freundschaftliche Beziehungen, oder? Ich scheiße auf eure freundschaftlichen Beziehungen. Und ich frage noch, was der Spahn, ja? Was der Spanier und dann Afrika will. Ich habe da auch Ansprüche. Oh, das ist doch nicht legitim. Das geht dann ja in Spanien rein. Nein, 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 nein. Das ist ja nicht Ungarn. Mit Baden geht es besser. Ungarn, das war ja wohl, also wie gesagt, wir haben das schon einmal mit dem Pulm gesprochen, dass sie sich nicht weiter, oder mit allen haben das eigentlich abgesprochen, dass sie sich nicht weiter im Norden ausbreiten. Was machen Sie? Mit Polen wurde auch besprochen, dass keinerlei feindliche Aktion gegen Pyzans oder Sparta gemacht wird. Aber das war auch nicht so. Sie machen ja gerade die feindlichen Aktionen. Übrigens, werte Königin von Spanien, wir haben dann auch noch eine Unterhaltung vor uns. Er ist wieder männlich. Kaiser, Kaiser. War was Neues. Und genauso der Kaiser von Spanien hat, glaube ich, einen deutlich geringen Anspruch auf Afrika als der, oh, warte mal, der König von Afrika. Hm. Er ist genau das gleich wie mit dir, was machst du in Italien, wenn du Afrika bist. Ja, und was machst du, und wenn du Italien spielst? Das hört dann aber auch sofort auf. Du hast unser Verlöbnis aufgelistet, Chuck? Was macht Burgund in Italien? Burgund ist auch nicht italienisch. Es tut mir leid, aber es ist... Ich bin näher dran als du von Afrika aus. Was war denn das für welche? Auch wenn du Lomba... Was warst du noch? Lombardisch bist. Lombardisch, genau. Lombardisch ist alles meins. Also komm in mein Reich, dann... Aus dem Grund... Du bist nicht mehr im fändesten Lombardisch. Wollt ihr schon wieder starten? Ja, stimmt. Ich bin Schwäbisch, aber Lombardisch ist auch ganz nett. Ich bin ja noch nicht mal richtig reden, die Typen. Also meinetwegen Play, aber ich hab dir noch nicht aufgepasst. Warten wir jetzt in 100 Jahren, ne? Das ist mir auch nicht mehr verbündet, Sharky. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Wenn da passiert... Wieso kann mein Sohn André, deine Tochter, Verlöbnisse eingehen, obwohl wir nicht miteinander interagieren können? Wie geht das? Tja, dann können wir entscheidend miteinander interagieren. Das ist interessant. Aber Litschimo entscheidet, ob deine Tochter meinen Sohn heiratet. Ja, weil die wahrscheinlich an seinem Hof ist. Ah, okay. Ich bin mal im Knast. Das ist richtig. Weil das ist jetzt eigentlich die Mutter. Oh! Ah, okay. Das ist interessant. Ist denn meine Tochter jetzt die Haupterbin deines Landes? Nein, seines Landes nicht. In meines schon gar nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Was? Prinz Alexandros wurde ermordet. Wer ist das? Da schon wieder. Wer? Wer ist das? Ich muss einmal kurz Pause machen, weil wir müssen schauen, was das für einer war. Achso, weiss er selbst nicht. Irgendwer wurde ermordet. Ach, egal. Oha, jemand hat nicht meinen Erben ermordet, sondern jemand anderen. Oha, da hat jemand... Oha, jemand will sich durch meine Erblinie morden auf mysteriöse Art und Weise. Ach, verstehe. Ist okay. Kann weitergehen. Mach weiter. Mach mal selber. Ach, wie habe ich das vermisst? Ach du, was geht denn jetzt ab? Wieso, Rowdy, was hast du erkannt, was hast du gesehen? Ja, nix. Achso. Letztes Mal war alles nur Friede, Freude hergerufen. Jetzt. Ich werde gleich ermordet. Ich habe eine Kiste mit Gold erhalten. Von wem? Ich dachte, nein, so ein Idiot. Ich hatte keine Wahl. Ich habe genügend Gold. Ich brauche die Kiste nicht. Oha, das Lidschiland könnte gerne Gold gebrauchen. Geben sie ruhig, bis zu hier. Ich glaube nicht, dass du dieses Gold hüllst. Nix mehr kriegt Lidschiland. Ich muss nicht über den Polen. Wechsel mal Lidschiland mit China. Lidschiland. Moment mal, jetzt, jetzt, jetzt. Verrückt. Jetzt wird China. So. Du hast auch keine geilen Söhne, Wolfgar. Bitte. Also du hast halt, die sind halt zu jung. Wir waren ja schon verbündet. Ja. Aber ich musste die kurz rausziehen aus dem Verlöbnis, weil, kurz was zu checken. Aber leider, leider ist das nicht möglich. Hat der Ungar einen Hausbesuch gemacht? Ja, ja, aber er kommt jetzt wieder zurück. Halb so groß, als er gegangen ist. Mit einer schweren Niederlage. Ich dachte, die ungarischen Armeen sind so stark. Im eigenen Land. Ach so, dann werden wir schauen, wie es da weitergeht. Weil nur noch 7000 an. Wie sind die ungarischen Truppen denn schon? Die ungarischen Truppen sind von 20.000 auf 7.000 gesprungen. Ja, aber wo haben die gekämpft? Das würde mich interessieren. Bitte? Wo haben die gekämpft? Äh, in Soli. Und de facto ist Spanien drin. Ich habe gerade entdeckt, dass jemand mich ermorden wollte. Und sollte es jemand aus Afrika oder aus Sparta gewesen sein, möchte ich nur sagen, ich kann das auch. Aber wenn ich das gewesen wäre, wäre es okay, oder? Sparta ist es nicht. Keine Angst. Im Gegensatz zu den europäischen Königen hat es Sparta nicht notwendig, zu solchen Mitteln zu greifen. Der Schwäche, der Hinterriss. Feige weibische Dolche hier. Natürlich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn ich sehe, dass sie das gewesen sind. Immer aufschreiben, dran denken. Natürlich nicht. Oh. Oha. Kaiser ist tot. Oha. Ja, ich bin schon gut. Ich bin gestorben. Lass raten, wie du gestorben bist. Du wirst wahrscheinlich ermordet worden sein, weil das gerade in ist, oder was? Ja, ich wurde gerade ermordet. Jetzt tot bin ich 54. Ernsthaft? Ich wurde gerade ermordet. Stab unter Mysteriösen. Jetzt möchte ich wissen, wer hier wieder sagt, oh, ich kann gar nicht in Polen wirken. Ich kann es halt so nicht gewesen sein. Wie es bei Litschiland der Fall war. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Ja, aber mit Litschiland kann ich ja wirklich nicht abgeben. Definitiv kann ich bei Litschiland nicht rum vorwerken. Also, ich sag euch mal, ich sag euch mal einen unverschollenen Gedanken hier gerade. Der Bayer steckt so tief im Arsch von Byzanz, dass der Bayer Auftragsmorde im Namen von Byzanz ausgeführt hat und es bei den polnischen Kaiser getiltert hat. Weil der Bayer gerade den Ungarn ermordet, weil der mich gemorden will. Ja, bla, bla, bla. Ja, du, weißt du, du hast deine Hand so tief im byzantinischen Arsch, dass du nicht nur Ungarn verkauft hast, damit Byzanz sich ausbreitet, ungehindert nach Norden. Ja, was zwischen uns nicht so abgesprochen war in der Bayer. Ja, und wegen einer verfickten Provinz, weißt du, und nicht nur das, du bist auch noch zu unfähig, das scheiß Ostfrankenreich endlich zu befriedigen, Alter, damit du endlich mal vernünftig ein schönes Reich hast. Nein, Alter, du stöberst in jeder scheiß verfickten Ecke rum und machst alles im Durcheinander. So, und dann hast du auch noch die Frechheit, weißt du, ständig meinen scheiß verfickten Kaiser zu ermorden und immer mir ins Gesicht zu liegen, oh, ich bin das nicht gewesen, ich bin das nicht gewesen. Wenn du wüsstest, was ich wirklich nicht bin, solltest du das nochmal überlegen. Ich suche Verwöhnliche gegen Bayern, wer ist dabei? Ganz offen, ich spreche es ganz offen aus, ich habe die Schnauze voll, ich habe die Faxen dicke, ehrlich. Ich habe die Faxen dicke mit Bayern. Ich habe mich bis jetzt aus einem rausgehalten, also du bist jetzt auch. Na gut, Litchi Land kann auch nicht wieder helfen. Nee, kann ich auch nicht, hat er ja berecht, ist ja in Ordnung. Litchi Land kann auch nicht wieder helfen. Lass mich nur mit meinem Vasallen interagieren, also von daher. Alle Armeen ausheben. So, und jetzt greife ich mit meinen 407 Mann an. Hä? Wo willst du denn? Richtig rund hier, ne? Nein, ich greife nur meinem Sachbarn. Moment mal. Oder wo war das, ne? Ach da. Darf ich das jetzt aus offizieller Kriegserklärung verstehen? Hast du eine Kriegserklärung erhalten? Noch nicht, aber es hat sich ja akustisch so angehört. Hast du eine Kriegserklärung erhalten? Falls das der Fall ist, ähm, ich weiß ja nicht, ob sie nicht erst noch eine Rechtsfertigung oder Verträge, wir haben auch Verträge, dass Byzanz nicht Ungarn bekommt. Das habt ihr untergraben mit eurer scheiß lächerlichen Art, euch einzuschleimen bei irgendeinem Verbündeten, der euch gegen Ungarn hilft. Wieso habt ihr nicht Spanien gefragt, wieso habt ihr nicht mich gefragt, wieso habt ihr nicht mich gefragt, wieso habt ihr nicht England gefragt, um Gottes Willen? Ich hatte euch schon gefragt, das ist nur kein Interesse. Ihr habt mich gar nicht gefragt. Natürlich. Burgund hast du auch nicht gefragt. Ne, Burgund habe ich nicht gefragt. Ich habe Bayern gefragt, ob es für mich den Religionskrieg gegen Arabien mitschlägt und dafür habe ich ihnen einen Krieg versprochen, wohin immer auch er will. Und dann hat er gesagt Ungarn, da habe ich gesagt, ich schwäche das alles und nimm's frisch ein. Wie gesagt, sollte von irgendeinem Bayern-Spater oder Afrika einen der Länder, England, Polen, Burgund, Britannien, einer von den anderen in den Krieg erklärt werden, werde ich mit in den Krieg für die anderen Länder eintreten. Also seid ihr alle verbündet, woher denn? Was habt ihr denn für eine... Bayern hat ein Kontrakt mit Polen, dass wir einen Status gegen den Status quo einhalten und Bayern hält sich auch da. Ja, ja, und Bayern lässt durch die scheiß Hinterpforte von Bayern Bizanz an die polnischen Grenzen oder was? Das war nichts abgesprochen, mein Freund. Äh, Bizanz ist schon an der polnischen Grenze. Schon lange? Ich weiß es nicht. Oh, natürlich. Ja, das Fitzelchen da oben. Das ist übrigens sogar mein Gebiet mal so nebenbei. Das kleine Fitzelchen. Welche ist dein Gebiet? Das kleine Fitzelchen ist ganz genau mein Gebiet. Hol's dir doch. Nein, nein, ich meine, das ist jetzt schon mein Gebiet. Wir sind schon lange verbündet hier über die Grenze. Und ich habe immer gut, gute Verbindungen zu Polen gepflegt. Aber die letzten drei, vier Jahrzehnte hat Polen immer weiter militärisch versucht, sich einzudämmen. Weil wir hatten schon uralte Verträge mit deinen beschissenen Vorfahren, wie auch immer sie gehießen haben. Konstantinus, Flop Pampinus, ist mir scheißegal, dass sich direkt Bizanz nicht weiter in den Norden ausbreitet. Was muss ich jetzt hier sehen, Alter? Im Nordosten wird sich ausgebreitet. Was im Süden passiert, ist mir scheißegal. Die Absprache war wirklich nicht im Norden ausgebreitet. Genauso wie die Absprache war, sich nicht in Italien auszubereiten. Was macht ihr perfekte Hurenschaft von Afrika die ganze Zeit? Er breitet sich da aus. Ganz einfach. Okay, ich habe eine Frage, wer hat mich getötet? Müssen wir Pause machen, oder was? Ich bin raus, ich bin komplett raus. Also wer auch immer von euch mich getötet hat, ich werde euch jetzt das nächste Mal das Spiel komplett zerstören. Ich werde mich jetzt... Ich weiß nicht. Ich weiß auch. Was mordet ihr denn da die ganze Zeit? Afrika, Afrika und hier beiden und dann noch Bayern. Ich werde hier jetzt... Hier, was soll ich jetzt machen? Bajurich ist ein bisschen Roleplay gerade, gell? Also nicht erst ein guter Schicksal. Aber hier... Also ich muss ganz klar sagen, China verbittet sich derartige Kriegsdrohungen. Also ich muss jetzt... Ja, ja. Aber jetzt kommt der, was willst du denn jetzt da drüben? Du bist auch ein Arsch, ne? Ich muss jetzt meinen Charakter auswählen. Wer ist jetzt der Herrscher von Spanien? Wie irgendein anderer auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich bin jetzt komplett raus. Ich muss jetzt meinen Charakter aussehen oder sowas. Aber das Geile ist, er hat mich wieder in Rad reingerufen. Also es ist schon mal ein... Oh, Scheiße. Boah, Burgund hat Spanien am Morgen. Auf jeden Fall. Das schiebt mir Spanien jetzt nicht in die Schicksal. Nein, nein, ich schiebe nicht. Ich sage nur, das wäre ein geiler Move gewesen. Also wenn du das gebracht hättest, wäre es ein geiler Move. Ja, warum das denn? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das ergibt genauso wenig Sinn, dass ihr jetzt da wieder mit Okan da... Weil du der mächtigste Vassal bist und eigentlich nur den Thronanspruch rechtfertigen kannst. Kann ich irgendwie nach ein Vassal von den anderen Leuten werden vielleicht? Na, du musst irgendwo hingehen, wo niemand ist. Geh nach Pizzans. Geh nach Pizzans. Genau. Fick ihn von innen. Okay. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Damit hättest du vielleicht doch deinen Mörder gefunden. Indien. Hätt doch Basilius, dann kannst du selbst in den Schubladen gucken, wo das Messer liegt. Also Island kann ich dir jetzt nicht empfehlen, spontan mal so. Ich finde ja lustig, wie ihr euch hier gegenseitig die Sachen hinzuschiebt. Ich habe mich eigentlich aus allem rausgehalten und ich wurde trotzdem ermordet. Oh, Jan, verschwinde doch. Komm. Das ist jetzt... Ich mache das jetzt ein bisschen kaputt, aber ich habe... Nein, das darfst du nicht. Geh weg. Rein in Indien und Kudis. Pass auf, nee. Komm, was soll denn das jetzt? Da kommt er dann mit 800.000 Endern angerannt. Die normale Regel ist, man muss weil ab von allen Leuten, nicht da, wo man zuerst war, kein befreundetes Haus und mich unter einem anderen. Okay, die Regel kannte ich noch nicht mehr. Das ist normal. Die Regel habe ich eingehalten, ich hänge da ganz hinten, weiter geht's nicht. Ja, ja, eben. Also das... Aber sonst kann man nie rausgehen. Ja, aber er hat ja zum Beispiel das erste Mal Bayern gehabt. Ja. Und dann ist er ja in Aquitanien, äh, nicht Aquitanien, wie heißt es noch? Nein, Spanien. Genau. Portugal war ein Schwein, war in Portugal. Genau. Ganz genau. Das passt. Ja, in Portugal nachher, aber erst ist er Dingens gewesen. Was war denn davor? Bayern war der. Bayern von Bayern. Nein. Asturien. So, das hat er erst mal übernommen. Ja, das passt. Also das ist kein Problem. Ja, war Asturien, genau. Und jetzt muss er halt draußen aus Spanien und nicht in Bayern rein, also... Also sich nah am Osten... Genau, und hat es nirgendwo überhaupt bei einem anderen Spieler rein. Toll, Herr Niederbayer, was mach ich jetzt? Das, was du geplant hast, wahrscheinlich. Was soll ich jetzt tun? Jetzt solltest du den spasischen Herrscher beerben. Ja. Aber ich würde gerne noch mal auf die polnischen Anschuldigungen zurückkommen. Ach, nee. Vielleicht erst mal eins auf den anderen lösen. Wieso? Warum? Schwer reinladen. Ich hab alles gesagt, was ich zu sagen möchte. Ja, ja, ja. Aber warum war dann Polen damit einverstanden, die spartanischen Truppen gegen Unutarn aufzubauen? So. Was? Das war... Polen hat gewollt, dass ich meine Truppen aufreibe in Ungarn. Was für ein hinterfotziges... Also, ich muss... Also, warte mal, warte mal, Sparta, warte mal. Warte mal, Sparta, warte mal, Sparta, warte mal, Sparta, warte mal, Sparta, warte mal, Sparta... Ja, natürlich. Weißt du, mit Scheiße werfen, aber bis zum Hals drinsteig, finde ich... Ja, warte, 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 Bevor Sparta sich irgendwelche Stöße auszieht, ja? Du wurdest ausgenutzt von deinen Verbündeten Bayern nämlich, und zwar es war Bayerns Idee, sich deine Truppen zu eigen zu machen, um für ihn Ungarn erobern zu lassen. Also, jetzt hat das natürlich alles nicht ein bisschen funktioniert, weil du dir selber jetzt Ungarn schnappst. Naja. Jetzt ist er ein bisschen salty, natürlich. Wir hätten gleich gesagt, das ist eine Scheiße-Idee. Ey, zu mir hieß es, ich muss die Truppen... Ich soll Ungarn schwächen. Mach ich. Mein Vater hat es ihm gesagt. Mein Vater hat es ihm gesagt. Mein Vater ist jetzt tot. Ich kann nur in den Aufzeichnungen nachkommen. Theoretisch... Ihr müsst mein Vater an dem Herzinfarkt gestorben, wegen der Aufregung. Ich mach mal fragen, die Ansprache war ja mal der Wahnsinn. So. Ich will ja noch nicht ausgewählt. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich, ich spreche jetzt zu allen Kaisern und Königen. Bayern hält seinen Arsch seit Jahrzehnten und Jahrhunderten überall in jede Windrichtung, die ihm einen Vorteil verschafft. Bayern ist so ein unbeständiger Nachbar-Verbündeter, das ist unglaublich. Und es proklamiert jetzt, wir werden keinen Krieg gegen Bayern führen, aber wir gucken Bayern nicht mehr mit dem Arsch an. Ganz einfach, scheißegal, was Bayern von uns will. Und wenn die da hinten verhungern, die kriegen nicht mal das Schwarze unter unseren Fingernägeln zugeschickt. Punkt. Dann dürfte ich quasi meine Goldzahlungen zurückerwarten. Welche Goldzahlungen? Habt ihr Aufzeichnung darüber, wieviel ihr gesagt habt? Irgendwann mal nach Polen? Ja, knapp 3000 Gold insgesamt. Warte mal kurz, ich habe eine Anfrage. Wollen wir einen Ehrenmann-Vertrag aufsetzen, dass kein Kaiser einen anderen ermordet, wenn ein Spieler davon betroffen ist? Also wenn Spanien, also Burgund sitzt jetzt in Spanien, also wird auch der spanische Kaiser nicht ermordet, so wie nicht der Basileus? Oder sollen die, ich weiß nicht, diese europäischen Klingen untereinander weiter fuchteln wie bisher? Ja, die Regel war ja, dass der Spieler nur Spieler, Herrscher ermorden, wenn sie dann Anspruch darauf haben. Also wenn sie daraus einen spielerischen Nutzen ziehen können, dann wird das Gebiet auch unbedingt machen. Ja, aber einen Nutzen gewinnst du ja immer. Und wer hat da jetzt einen Nutzen raus, den spanischen Kaiser so zu ermorden, dass er jetzt wieder aus dem Spiel raus ist? Keiner. Richtig. Wer hat den Nutzen gehabt, mich zu ermorden? Keiner. Der Spanier ist jetzt schon wieder raus, der hat da sein Herzblut reingesetzt und darf jetzt in Indien versauern. Zum Anliegen Spartas kann ich dafür beantworten, das wäre eine schöne Abmachung, tatsächlich. Für den Basileus ist es auch zu spät und den Poweraufstand, den es jetzt gleich wieder gibt, in Byzanz ist es auch zu spät, aber das ist ja für die Zukunft. Was ich noch sagen wollte zum bayerischen Gold, ich meine, der bayerische Urkönig ist ja schon torhutlange, der bayerische Anspruchsteller, ich möchte nur sagen, damals, also meine Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren vor vielen Jahrhunderten, vor vielen hundert Jahren, haben damals mit Bayern quasi gemeinsame Sachen gemacht, um den bayerischen Herrscher wegzumachen, um der niederbayerischen Dynastie, den Platz zu ebnen in Bayern. Das heißt, der niederbayer hat nur seine Herrschaft bekommen, dank Polen. Wer hat die polnische Herrschaftslinie über Wasser gehalten? Jetzt verlangt er sein läppisches Gold, weißt du, nachdem ich ihm seine Macht, ja, das ist lächerlich. Gut, er wird sein Gold zurückbekommen, kein Problem. Kannst du den Ehrenmann-Vertrag mal? Ja, aber wenn wir diesen Ehrenmann-Vertrag unterzeichnen, wäre ich dafür, dass wir dann zu einem Zeitpunkt zurückkehren, wo Spanien noch Spanien war. Nein, hallo, es gibt keine Zeitsprünge. Es gibt keine Verträge, die rückwirkend wirken, es gibt nur Verträge, die nach vorne winken. Das ist richtig, André, aber auf der anderen Seite hat er extrem viel Zeit darin investiert. Ja, aber das ist das Spiel, hätte er mehr Zeit in seine Thronlinie investiert. Schau, selbst wenn ihr mich tötet, dann ist mein Sohn und dessen Sohn und dessen Bruder. Ja, ja, das ist bei mir ja auch so. Aber wir sichern uns jetzt für die Zukunft ab und Spanien ist dann schon passiert. Ja, ist gut. So ist es. Ganz ehrlich, nach der Aussage brauchen wir dann auch so einen Ehrenvertrag nicht machen. Dann ist das einfach nur Pech gehabt. Dann können wir einfach so weiterspielen wie bisher und fertig. Ich wollte es euch zu Liebe machen, weil ihr bringt euch da die ganze Zeit um. Es ist ja nur ein Vertrag im Spiel, in-game. Ja, klar. Roadplay. Wir müssen uns dran halten. Ich kann sagen, ich halte mich dran, aber wir müssen uns hier nicht dran halten. Wow. Ja, gut. Dann, ich verstehe, wie Ehre in Polen verstanden wird. Vielen Dank. Ich ziehe meinen Vorschlag zurück. Viel Spaß weiterhin beim euch gegenseitig ermorden. Aber weh euch. Er vergreift euch an meinen. Wenn Spohle von Sparta schon den Vorschlag gemacht hat, war er doch schon nicht mehr regelkonform. Das hat er doch schon, das lädt er doch schon nicht mal. Mich würde echt interessieren, wer den jetzt umgenietet hat. Ja, würde uns alle auf jeden Fall interessieren. Vor allen Dingen, das ist dann natürlich von einem, oder dann wurde ein Verbot begangen, was wir vorher schon beschlossen hatten, einen Spieler umzubringen, wenn man keinen direkten Nutzen hat. Ich glaube... Ich gehe zu, Burgund hätte vielleicht einen Nutzen davon gehabt, aber ich war es definitiv nicht. Also es gibt einen guten Nutzen. Es gibt immer einen Nutzen, um von einem Spieler, um einen Spieler zu töten. Warum tötet ihr den Basileus immer wieder? Weil ihr einen Nutzen davon habt. Genau, weil Basileus ist ja kein Computer... Ja, aber warum ist mein Sohn ermordet worden? Weil ihr euch einen Nutzen davon versprochen habt. Das stimmt, und den Nutzen kenne ich auch. Aha, okay. Oha, dann... Oha, da wird wahrscheinlich was. Was heißt die Oha, Oha? Warum wurde dann mein Sohn zum Beispiel ermordet? Das wissen wir nicht. Das wissen wir ja nicht. Natürlich wurde er ermordet. Ja, aber von wem? Ja, wurde ja doch schon gesagt. Sprich jetzt Litchi Land? Da saß ich doch hier drin, da wurde es doch gesagt. Von wem denn? Ja, von der Königin oder der Kaiserin von China. Ganz sicher. Weil er hat auch gesagt, das Komplott ist durchgegangen und schon kommen die Nachrichten darauf. Nein, mein Anspruch ist durchgegangen. Ich versuche hier seit ungefähr einer verfickten Stunde dieses kleine dämliche Arika zu erobern. Also, Nico, Europa kann das sehr gut. Also, ich weiß ja nicht. Ich habe mit Keimen irgendwo irgendetwas, was für Verkehrtes oder sonst irgendwas, oder versprochen oder sonst irgendwas. Aber ich oder mein Sohn wird getötet. Ach, wieder war er gar nicht da. Ich habe nur lediglich um Hilfe gebeten, damit ich meinen Königreich wieder zurückkriegen kann, damit ich den Osten stabilisieren kann. Daran habe ich mich auch gehalten. Und trotzdem wurde jetzt etwas ermordet. Und ich habe mit Keim was getan. So ist es. Ja, zum Beispiel, das ist auch wieder falsch. Der Nutzen. Jemand hat sich reinen Nutzen davon gehabt. Genau, das ist es. Und jetzt kommt nur der Nutzen. Genau. Was war das für ein Nutzen? Ja, aber wenn es dann rauskommt, weil er wieder Truppen geschickt hat, um jetzt diesen Krieg zu gewinnen. Jemand wollte nicht, dass wir verbündet sind. Das ist es, Lidchen. Ja, und wenn derjenige das dann auch ertappt wird jetzt beispielsweise und das dann dementsprechend auch so erklärt, ich wollte dieses Bündnis lösen, weil ich persönlich finde das dementsprechend ungerecht, wie auch immer, dann ist das für mich plausibel und dann darf der den auch ruhig umnieten. Aber wenn ich jetzt den Kaiser nur umniete, nur um, was weiß ich, dass der Jan jetzt in Indien anfangen muss, das ist dann dementsprechend falsch. Ja. Und übrigens, Dr. Brausefrosch kann locker in Litschimo agieren, weil mein Land ist ungefähr dreimal so weit entfernt von Litschi wie der Fetzen von Dr. Brausefrosch von Litschiland. So ist es. Nur mal so nebenbei, weil es mir gerade auffällt. Das stimmt doch gar nicht. Ja, hallo, schau dir das pinke Ding da an, direkt neben Litschiland. Baronie von Kürach. Ja, aber du bist genauso nah dran wie China. Litschiland ist unterhalb von Litschiland. Fast, hallo? Halt deinen Penis dran. Dann siehst du, wie viel Penis da hat. Das ist da drüber hinausgeschossen. Eine oder andere Art und Weise mal weitermachen, weil wie gesagt, ich versuche seit einer verdammten Stunde dieses kleine Land hier zu erobern und denke in einer Pause nach der nächsten. Das wäre super. Jeder war jetzt auch wieder da, glaube ich. Dann ist gut, dann geht es weiter. Dann wäre es mir auch egal. Boah. Was? Ich habe nichts gesagt. Ich könnte es vielleicht einmal mit China aufbauen. Aber natürlich. Ich habe dir ein Angebot geschickt. Ich habe eine Tochter gekriegt. Gott sei Dank. Da geht der jetzt raus. Es ist natürlich nicht so, dass er jetzt nur, weil er jetzt in India neu angefangen hat, dass er deswegen jetzt anfangen kann und darf einfach jeden einzelnen Ex-Beliebigen einen Kreuzzug an den Kreuzzug zu bringen. Ja, meinst du denn? Ich fange ja jetzt wieder neu an. Oh ja, sehr gut. Das hört sich doch super an. Meine Krieger werden bereitstehen, mein Papst. Ja. Ich weiß China, dass ich mich runter kann. Meine Macht wächst ja und? Also los. Ungarn wurde geschwächt, aber es ist nicht im byzantinischen Reich. Nein, mein Krieg mit Ungarn wurde beendet, wegen dem Kreuzzug. So was aber auch. Ist das jetzt Arsch? China ist China noch da? Burgund ist gerade da, ja. Und ist da, ja, wieso? Und ich habe das Gefühl, ich weiß, wer es war. Bei wem? Bei Spanien? Ja, bei Spanien. Mit mir reden. Äh, schon nicht mit mir reden. Doch, aber ich kann nicht alleine. Also kannst du mich unterziehen. Ich bin übergastig. Ich kann dich, glaube ich, gar nicht ziehen. Wen soll ich das ziehen? Ja, ich ziehe. Alles gut. Super, danke. Da unten, oder was? Basalen verleihen? Ähm, und zwar, Burgund, habe ich auch schon, dadurch, dass, glaube ich, Sohn oder eine Tochter von mir schon mehrmals versucht wurde, umzubringen. Ich habe mehrere Agenten aus, äh, Almo hat aufgedeckt. Ich weiß nicht, ob die auch gegen euch Kroll hatten. Wahrscheinlich würde ich das... Entschuldigung, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Mit wem sprichst du jetzt? Ja, mit dir. Achso. Du bist doch Burgund, oder nicht? Ja, ich bin immer noch Burgund. Genau, ich habe gesagt, ich habe die Vermutung, dass es, äh, Almo hat sein könnte, aber von denen habe ich auch schon mehrere Agenten aufgedeckt, beim Versuch, mehrere meiner Kinder und das, dass der Spanier dann Opfer gefallen ist. Ja. Ah, so. Weil der natürlich rechtmäßig Anspruch auf das ganze Land drumherum hat. Almo hat. Weil da habe ich auch schon mehrere Agenten, äh, gefangen genommen. Alter, ich kriege schon wieder die Krise. Der spanische Kaiser, der muss weg. Ich, Alter, mir nur Herzogtitel und ich darf die wieder verpulvern. Ciao. Oh, jetzt habe ich die Eigenschaft Mörder bekommen. Die Sitte, kann Jan das jetzt nicht weiterspielen? Das verstehe ich nicht. Sein Haus ist tot. Seine Nachkommen sind tot. Er hat nicht darauf aufgepasst, dass er, ob er Nachkommen hat oder nicht. Was ist das Problem? Er war ja noch zu jung. Er hat ja noch keinen Nachkommen produziert. Ich habe die Socke nicht rechtzeitig gesehen, dass ich einen Schlaf gemacht habe. Ich habe das überhaupt noch nicht mal geguckt oder mitgekriegt. Weiß ich nicht. Und mein Sohn ist tot. Quasi, du spielst, du spielst ein Haus. Also selbst meine Tochter ist jetzt theoretisch gehört zu deinem Haus. Ja, Eskalation, sage ich da nur, wie es aussieht. Und? Du bist nicht sehr gut auf deinen neuen Dänzer zu sprechen, kann es sein. Ja, weil er mir wieder Herzogtitel reindrückt und ich darf die dann selber verspielen. Und das nervt halt dementsprechend nur. Ja, aber die Meinung. Du kriegst tausende Titel verdienen oder wie? Ja, er hat mir jetzt schon, der will mir auch ständig hier verleihen unseren Kille fit. Ich greife ihn jetzt in Wahnsinn, weil er kriegt dann 35 Anstrengungen. Er wird verbrennt. Das ist Wahnsinn. Wohin geht denn der nächste Kreuz? Du greifst ihn jetzt in Wahnsinn oder wie? Nach Ungarn. Nach Ungarn. Ich erkläre Island den Krieg und dann kommt der Kaiser, äh, der Harps erklärt den Kreuz zu. Für meine Truppen sind gerade ganz woanders. Ich war quasi schon dabei, Ungarn. Ja, Ungarn, der Krieg mit Sparta war ja auch erfolgreich. Deswegen vielleicht auch? So ist es. Ich kenne den 11 Monaten. Hat der Herr Niederbayern jetzt seine Provinz gekriegt? Nein. Ne, ne, das hat er nicht gekriegt. Aber ich kann das verstehen. Dann würde ich sagen, doof gelaufen. Sparta hat auch beziehungsweise Byzanz hat auch die Gebiete von Ungarn nicht gekriegt. Nur der König hat sich geändert, glaube ich. Ganz genau. Ich habe nur den Anspruch durchgeboxt. Deswegen, wer lesen kann, ist klaren Vorteil. Lässt ihn rein. Ich habe dir mal gesagt, als wir angefangen haben zu spielen, dass das Voraussetzung ist. Übrigens geht der Krieg nicht gegen Ungarn, sondern gegen die Varachei. Ja, genau. So, ich dachte, ich hätte Ungarn Ja, da steht er falsch nach. Aber kann ich auch verstehen, der ist ja nackt. Ich werde nicht alleine sein, ihr seid der Verräter. Ach, wahnsinnig. Was? Valachai, Valachai. Noch nicht. Wann beginnt der Kreuzdruck? Sie haben den Kreuzdruck? Sie haben den Kreuzdruck? Gegen die Varachei. Ach so, weil die adamitisch sind hier. Oh, nice. Ich habe ein Druckmittel gegen unseren Basileus erhalten. Ich muss mir jetzt endlich mal die Vasallenbrande ändern, damit ich unbedingt Ratsrechte bekomme. Ist das doch Vorteil, dass ich auf Friesland... Ach, hier, garantiert ein Ratsposten oder so? Ja. In Friesland-Gebieter halte, den kann ich Gruppen ausheben, ohne zu verschütten zu müssen. Ich finde, das ist halt grandios, wie Polen geschultet hat gegen Pyzans, äh, gegen Sparta. Ich töte vielleicht eure Basileen, aber ihr haltet euch auch nicht daran und bindet ja Ungarn mit deinem Instinkt. Ich habe niemals gesagt, ich töte. Ich habe niemals gesagt, ich töte vielleicht eure Basileen. Die Worte sind nie über mein Leben. Ja, ich habe halt versucht, dich reinzutraden, jetzt aber. Aber de facto ist es so. Beweise. Ich kann auch, ich kann auch sagen, dass ihr meinen letzten Kaiser umgebracht habt. Das war, bitte? Sie haben meinen Kaiser umgebracht und zwar und zwar der komische Typ von, äh, keine Ahnung, wie heißt er hier? Von Jerusalem, so. Das Boot von Sparta, meinetwegen. Der war es. So, ich behaupte es jetzt einfach mal. Wo sind die Beweise? Kann ich nicht beweisen? Sorry, ich war gerade konzentriert. Von daher lässt mich, lässt mich das Ganze keif. Ich weiß ja, wer es ist. Ich weiß ja, wer mein Feind ist. Wer immer mein Feind war, obwohl ich ihm geholfen habe, sein Reich überhaupt zu bekommen in so einem komischen Wurstfinger klauen. Ich denke, da wird man eine Unterredung in den polnischen Kaiser finden. Nee, nee, ich glaube gar nichts mehr. Nach dieser Nummer mit Ungarn. Hallo. Ja, warum? Es war doch alles, wie abgemacht. Haki, kannst du den Jan wieder zurückholen? Ja, danke dir. Sonst gibt dem Namen Jung Rechte. Na, nee, stimmt, kann er ja, aber er will ja nicht. Stimmt sowas. Bayern hat sich stets an seine Abmachung gegen die Halten. Ja, genau. Ja, fürchte ich. Polen auch. Polen hat sich auch von Frankreich und hat Polen vorbei angegriffen. Nein. Hat Polen Ost-Ost-Frankenreich angegriffen. Nein. Naja, mag nicht. Das war abgesprochen zwischen uns beiden. Ja, ja, aber das geht über die zuerst gemachten Verträge, die wir hinaus. Ja, aber wieso blamst du mich jetzt, wenn das abgemacht worden ist? Verstehe ich nicht. Darf ich den Kaiser dann mal sprechen? Ja, ich komm gleich. Was? Mich den Kaiser. Ja, meinen kannst du mich wieso sprechen, oder was? Ja, was? Es gibt nur einen Kaiser für mich. Oh, schmeichel, schmeichel. Oh, da möchte jemand noch ein paar Grundstücke verlieren, Picker. Oh, Zuckerstück. Der hat keine Lust drauf, dass es geht wie den Burgunder. Oh, der Herbe ist gewechselt. Was hat passiert? Niederbayern? Äh, König von Bayern? Äh, irgendwer hat meinen Herben im Gipfel. Ei, dann geht's weiter. Geht das schon wieder weiter, ne? Ah, Was sagen? Ich glaube, nächstes Mal spiele ich Island, da bin ich weit genug weg. Ich gehe sofort nach Indien. Ich bin auch so froh, dass ich die zweite Runde in Afrika habe, ey. Dieser Stress. Er hat ja ein paar Jahrhunderte gedauert, bis er richtig Stress aufkam. Erfohrten wir genug, mit unseren anderen Nachbarn zu gehen. Von einem Wochenende zum anderen. Kann genau zwei Leute gewesen sein. Wenn ich rausbekomme, wer das war. Ich war das Niederbayern. Weil, Begründung ist, äh, so. Weißt du? War das jetzt ein offiziell, sehr interessant.